Die indonesische Fußballnationalmannschaft vertritt die südostasiatische Republik Indonesien im Fußballsport. 1938 nahm die Mannschaft als niederländisch-Indien zum ersten und einzigen Mal an der Fußball-Weltmeisterschaft teil. Die Mannschaft ist der Football Association of Indonesia unterstellt und gehört zu den stärkeren Mannschaften in Südostasien. Heimstätte der Meraputi ist das 1962 fertiggestellte Galora-Bunkano-Stadion in der Hauptstadt Jakarta. Mit über 100.000 Sitzplätzen gehört es auch zu den größten Stadien der Welt. Aktueller Nationaltrainer der Indonesien ist Alfred Riedel, der die Mannschaft bereits von 2010 bis 2011 betreute. Geschichte Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1938 war die damalige niederländische Kolonie unter dem Namen Niederländisch-Indien vertreten. In der ersten Runde konnte man sich allerdings nicht gegen den späteren Wiese-Weltmeister Ungarn behaupten und schied nach dem 0 zu 6 gegen diesen aus. Erst 1958 bis 20 Jahre später nahm das mittlerweile unabhängige Indonesien wieder an der WM-Qualifikation teil. In der ersten Runde setzte sich Indonesien gegen die Mannschaft Chinas durch. In der zweiten Runde weigerte man sich allerdings gegen Israel anzutreten. Wiederum spielte Indonesien 16 Jahre lang nicht mehr in der Qualifikation. Seitdem spielt die Mannschaft ununterbrochen mit einem Erfolg, konnte sie bisher aber nicht verbuchen. Nach mehreren Anläufen gelang Indonesien im Jahre 1996 erstmals die Qualifikation für die Asien-Meisterschaft. Bei der Endrunde in den Vereinigten Arabischen Emiraten schieden die Indonesien allerdings mit einem Punkt ebenso wie vier Jahre später im Liban-Orden bereits in der Vorrunde aus. Bei der Asien-Meisterschaft 2004 gelang mit 2 zu 1 über Katar der erste Sieg, zum Weiterkommen reichte es dennoch nicht. 2007 war Indonesien einer der Gastgeber für die Endrunde, die Gastgeber starteten mit ihrem zweiten Sieg, einem 2 zu 1 über Bahrain ins Turnier. Im zweiten Spiel gelang für die Indonesier gegen die hochfavorisierten Saudis bis zur 92. Minute ein 1 zu 1 zu halten. Ehe schließlich ein Treffer in den letzten Sekunden die Niederlage bedeutete. Auf regionaler Ebene konnte Indonesien dreimal das Finale der Asien-Fußball-Meisterschaft erreichen, zum Sieg reichte es allerdings nicht. Teilnahme an den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne zweite Runde 1960 in Rom nicht qualifiziert 1964 in Tokio keine Teilnahme 1968 in Mexiko-Stadt nicht qualifiziert 1972 in München nicht qualifiziert 1976 in Montreal nicht qualifiziert 1980 in Moskau nicht qualifiziert 1984 in Los Angeles nicht qualifiziert 1988 in Seoul nicht qualifiziert Nach 1988 nahm die A-Nationalmannschaft nicht mehr an der Qualifikation zu den Olympischen Spielen teil. Eine indonesische Olympiamannschaft konnte sich bisher nicht qualifizieren. Teilnahme an den Weltmeisterschaften Indonesien konnte sich bisher noch nicht für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. 1938 nahm Niederländisch-Indien an der WM-Endrunde teil, musste sich dafür aber nicht qualifizieren, da die Qualifikationsgegner Japan und USA nicht antraten bzw. zurückzogen. In Frankreich bestritt Niederländisch-Indien nur ein Spiel und ist damit die einzige Mannschaft, die bei WM-Endrunden insgesamt nur ein Spiel bestritten hat. In der ewigen Tabelle der WM-Endrundenteilnehmer belegt Indonesien damit den 71. Platz und gehört zu den fünf Mannschaften ohne Torerfolg. Teilnahme an den Fußball-Asien-Meisterschaften 1996 Vorrunde 2000 Vorrunde 2004 Vorrunde 2007 Vorrunde Gastgeber zusammen mit Malaysia, Thailand und Vietnam 2011 nicht qualifiziert 2015 nicht qualifiziert Teilnahme an den Aschieren-Fußball-Meisterschaften 1996 Vierter 1998 Dritter 2002 2002 Zweiter 2004 Zweiter 2007 Gruppenphase 2008 Halbfinale 2010 Zweiter 2012 Vorrunde 2014 Vorrunde Länderspiele gegen deutschsprachige Fußball-Nationalmannschaften Bisher gab es keine offiziellen Spiele gegen Deutschland, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein. Siehe auch Liste der Fußball-Nationalmannschaften Indonesische Fußball-Nationalmannschaft 2015 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